Teil 2, eine gefährliche Reise Kapitel 1, got it Ich habe nur eine einfache Regel, dass du es nicht verlassen möchtest, unter irgendwelchen Umständen Gibt's Schlimmeres, ne? Ähm, ich hab ne Frage Ist das ein Messer in deinem Bau? Ich frag nur Kann ich den Halt verlassen? Nein! Was passiert, wenn ich verlassen? Ich habe gesagt, dass du es nicht verlassen möchtest, unter irgendwelchen Umständen Ich weiß, nur hypothetisch, was, wenn ich es getan habe? Das worst punishment you can imagine Which is Ich schau dir zurück hier! Nichts worse als das! Hahaha Und du hast es gesagt? Du kannst dich alles in einer der Krates Otherwise, be sure to cover your eyes Die chickens like to peck Das ist wahrscheinlich safest, wenn du nicht sleepst Die chickens haben ihre Waffe Was für dinner? Oh, wir würden ein bisschen dinner, würden wir? Vielleicht können wir ein bisschen Roast-Duck unter Glas für deine Majestät Hahaha Aber wirklich Learn to catch rats Du kannst sie in deinem Mott-Buckett Sie machen ihre eigene Sauce Ist das dein Bauch, der da so hängt? Oder ist das einfach nur irgendwas im Beutel? Ähm, aber was, wenn ich... ähm... Du weißt... Use the portal Don't get anything on the ledge outside, though I ate an unsightly ledge Oh, okay What am I supposed to be doing, exactly? No recruit You're all thicker than the chickens Oh, 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 oh Is that the whole answer? You're supposed to be swapping I want this whole sparkling As if it was clean Now, get a work Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pirates-Life für mich Was ist das? Spierfett Wo hat der das jetzt her? Von Glück reden Ja At least, sie schmeißen nicht wie live Schweine Ja Mehr wichtig Ist der Taste des Nachschweine das gleiche als der Nachschweine des Nachschweine? Tch, kompliziert Äh, ich stehe meine Distanz Mütter sind mehr witziger, die ihre Junge zu retten Der Stimme hat ein Ei Mehr Küchen? Oh Das ist das, ähm... Hier, Schrödinger hat Katze, ne? Sich vorstellen, was in der Kiste ist herausfinden, was in der Kiste ist Aber wir können jetzt auch vermuten, was in der Kiste ist Das ist Murray Murray? Nein, aber ich bin ein großer Fan Nein, aber ich bin ein großer Fan Nein, aber ich bin ein großer Fan Locusts? Ja Ja Das ist der Spion Das ist der Spion Okay, Sorgen um meinen Sehnern Der Rest des Meisters ist da drin Ich hoffe, es wird hier sicher sein Ich hoffe, es wird hier sicher sein Ja, das ist wahrscheinlich gut Es ist ein inspirierendes, instruktionliches Pamphlet Das muss ich umgebracht und lesen Schauen wir mal Schauen wir mal Komm an Bord Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder Copyright LeChuck Alle Rechte vorbei Lass dich inspirieren Folge LeChucks Führung Vertrauen verletzen Wuteinfälle bekommen Betrug begehen Gastmannschaft ausnutzen falsches Zeugnis ablegen Die Geliebten zerstören Das Schöne zerstören Körperverletzung androhen Körperverletzung begehen Die Ermordungen, die sich dir in den Weg stellen Kurzfassung aus dem Buch Piraterie Nach Artis und Chuck Das gab's in dem vorherigen Teil An die Arbeit, lass dich nicht feuern Der Schiff ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft enttern lässt Einschließlich dir Also mach dir keine Sorgen Es sei denn, du wirst gefeuert Dann mach dir Sorgen Das heißt, wenn wir gefeuert werden, fallen wir einfach durch das Schiff Sehe ich das richtig? Ich wundere, was es ausmacht wird Äh Äh Äh, ich glaube nicht Warum? No way, am I picking that up with my hands Dann nimm das Pamphlet Äh Unser Schwamm ist weg Mal kurz weg, wie steht's um die Hornisse? Die Hornisse hab ich, äh, aus dem Zimmer befördert Hoffe ich Hoffe ich Der Rest meines Gears ist in da Ich hoffe, es wird hier sicher sein Hat aber auch nur Keine Ahnung, 20 Minuten gedauert Länger? Oh Looks like you missed a spot Awww Ja Oi, you missed a spot Come on You missed a spot Is that your catchphrase or You missed a spot Seriously, get some new dial Oi, you missed a spot Gifts, uh Gifts on treatment fuel Oh Nuts You missed a spot Oh Nuts You missed a spot Oh Nuts Ist auch eine sehr komische Aufgabe, ne? Oi, you missed a spot Oh Nuts Einmal schön alles Oh Nuts Oh Nuts Oh Oh Nuts Sen Et Jep Okay Mann, die sind wirklich... Okay, die sind zu fest. Dann reden wir erstmal ganz kurz über Madison. Warum werdet ihr für Captain Madison? Ich dachte, du warst dein eigener Mann, äh, Skull. Ich schuld ihr einen Wunsch. Es ist nichts von deinem Wunsch. Warum schuld ihr Captain Madison einen Wunsch? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Okay, da möchte einer mit Schmierfett eingeschmiert werden. Eww. Das ist schrecklich. Du hast es in meinem Eindruck. Was für ein Ei? Hey! Ich lasse das allein. Sie hat ein Eier. Was mit den anderen? Kauß genug. Die Schmierchen scheinen das aber zu mögen. Ähm, dort kommt was? Das Schmierfutter wischen. Heimlich. Going somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. hmm thanks chicken don't bite my fingers off okay I've got enough to last me I think that only works on parrots come on tell me what Madison is up to you diminish us both by asking not get off boy he's a really wedged in there das klappt nicht und ich kann nicht ob ich wischen so viel ich möchte kann ich alles mit schmierfett beschmieren keine ahnung ob das am ende was bringt das sieht alles so falsch aus ich bin allein sie hat ein egg das ist witzig ich habe ganz viele verpasst you missed a spot da kann ich nichts abwischen da kann ich nichts abwischen das kann ich auch nicht aufmachen wenn wir das mal weglegen ich hätte sie mir sonst gezeigt besser okay come on tell me what Madison is up to you diminish us both by asking knock it off I can't see much through this thing yep I can't see much yep at least they don't smell like live chickens sind die essbar zu ne frage die ich mir wieder stelle so okay so 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 nice try swabe i told you you live down there now get back to modern Ich habe ihn mit dem Weg. Du hast nicht das Schrauben geschlossen! Geh zurück zum Mobbing! Schön, Schwabbe! Du kommst, wenn ich sage, du kannst! Aber niemals! Geh zurück zum Mobbing! Es sieht aus, du hast gewusst. Oh, schade! Irgendwas! Irgendwas! Dass sie dann Ei hat, das verwirrt mich noch. Drei Malpeuch! Zwiebeln! Das完attert dich! Oh, schade! Ich habe keine Ahnung, ob das Ei aus dem Ei herauskriegt. I think that only works on parrots. Ah, what a moment. Well, I'll just put a little dab on there. Ah. Das war das, was wir machen müssen. Und jetzt kann man die einfacher schrauben, wahrscheinlich. Yep. Ist immer eine gute Idee, die Schrauben vom Bullauge zu entfernen. Nein, das war's. Okay. Das heißt einmal einfetten Einmal einfetten Das ist bestimmt total lecker Die Grease hilft, ein bisschen Die Grease hilft, ein bisschen Okay Die Grease hilft, ein bisschen Muss mehr Grease dran Mehr Fett Viel Hilfe Viel Ja Einfach komplett vollschmieren So, jetzt verändert sich's nicht mehr Ah, es funktioniert Ah, okay Einschauen Kanonen Ich kann nichts sehen Das ist nicht öffnet Das ist nur da ansehen Ach, mit Timer Das ist neu Das ist ein großer Rutter Das ist ein großer Rutter Ich denke, das ist Chuck's Cabin Aber es war nicht auf der Introduktory Tour Ich kann nichts sehen Das ist nicht öffnet Das ist auch nicht öffnet Das ist auch nicht öffnet Blablabla 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 This is a bunch of empty containers Of Cookieiteit Schrauben Blablabla Das brauchen wir für den столько Blablabla Blablabla Friturice on this me hearties the one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island the map will be kept in my cabin the someone men's by needs to touch it or disturb it in any way now before we can follow the map obviously we must make our way to Monkey Island itself let's have the potion report wait there's a potion you don't remember that from my other story to get to Monkey Island you have to brew a special stop Hände hoch und her mit dem Grog für den Lurker Grog wäre jetzt schon geil aber nicht der Grog aus Monkey Island äh da kannst du auch Batteriesäure trinken aber das wäre gesünder aber du und Lechak hier wart schon beide einmal dort aber du und Lechak hier wart schon beide einmal dort aber du und Lechak hier wart schon beide einmal dort aber du und Lechak hier waren beide schon da waren wir beide schon da waren warum könntest du da nicht einfach nur da fahren es funktioniert nicht so gut du musst die potion machen jedes Mal wie funktioniert der Trank wie funktioniert der Trank wie funktioniert der Potion funktioniert ich weiß nicht niemand macht es es ist magisch es hilft dir einfach nur die Monkey Island zu finden das ist auch so ein Plotpunkt was ist da drin oh ähm let's see es hat Squid Ink und Monkey Blood und eine Pressed Skull ich mich definitiv daran erinnere mich auch Cinnamon, Mint und Brimstone und einige Coloring und Preservativen oh und ein live Chicken aber hörst du du musst noch nicht über das worry bis du bist 12 oder so sorry ich habe dich nicht gehört der Grog blatt der Brei okay okay ich glaube ich habe es geschafft ich habe es geschafft die Potion ist bereits fertig Kapitän alles was left ist ist eine flattende Skull und wir werden es bereit zu kürzen exzellent du da in der dritte neuer Typ ich? hmmm wir haben uns etwa eine Stunde kennengelernt wir haben uns etwa eine Stunde kennengelernt well Iron Rose was introducing me around I'm the new Swabby doesn't ring a bell well no matter go and get us a skull a flat one any questions no why should I look for a skull that's your problem tschuldigung why do we need a skull to finish the voodoo potion we just went over this well why does it have to be a flat skull because the recipe says so der lässt sich sehr viele Fragen gefallen can I have a rings sure straight into the rigging where you'll hang by your ankles for the next few years got it? never mind yeah you get used to it okay I'm on it one skull flat be quick about it then meeting adjourned aye aye Captain we'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map this is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink how's the potion coming? you heard the captain it's nearly finished go and find a flat oh guck mal you can't do that find a regular skull and flatten it here Apple Bob's Schädel ausleihen Apple Bob? so kennen wir seinen Namen nice looking skull you got there Apple Bob now before you get any ideas I'm a ghost my skull won't work and Putra already asked why don't you stick your own head in the pot and see what happens relax I was just making conversation I'll find a skull someplace else I'll find a skull someplace else sorry if I offended you oh that's okay I know you're under pressure oops sorry if I offended you oh that's okay I know you're under pressure bisschen ja aber hier ist auch wieder dieser ähm der Angelköder blühen ready for cannon firing kaboom yes so muss das mit Flambe natürlich heißt der Flambe und natürlich ist er Französisch weil es muss eine Französische sein so can I check the crow's nest for a skull there's nothing you need up there any ideas for where to find a skull I'm really more of a watcher than a helper what's it like working for LeChuck I can't complain really it's in the employee handbook no complaining you need longer if you remember that new guy flambe flambe aber er kann auch Französisch sein so gotta go I've got a job to do my condolence my condolence this is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents was ah I think it's just a sculpture I hope it's just a sculpture aber von was ach so wie ein schreiender geist nicht streicheln the very first item of the ship's safety procedures is never to try to pet scruffles do it do it up mich ich hab ne Rüstung für dich ich sollte die jetzt nicht läuten du what du what oh schade top deck schedule one bell crew voting two bells the chuck shouting now's not a good time to attract attention ready for cannon firing these open plan offices are all the rage now stop overfeeding molly you rotten clods she has digestive trouble and i'm tired of cleaning it up wer war molly katze reminder to all crew extinguisher demon fire with the proper extinguishment other methods will not work macht sinn oh my god i've barely touched it it just fell apart i was barely even here i guess it's a good sign if they're not trying to leave wait a minute that looks exactly like elaine's wedding veil that looks exactly like elaine's wedding veil that looks like elaine's wedding i know he's supposed to grab you but it's just taking it too far es sieht einfach aus wie et et's augen zusammengenäht was hält der eigentlich davon wenn wir jetzt da odina ist die amtierende königin von bermuda bruder kenne ich nicht aha you're out and about ich hab'n schädel muss ihn nur platt machen das hier könnte aber auch ein schädel sein it's torn and ugly but strangely compelling hey murray why don't you come with me i can show you around the ship no i really think you should come with me no please spare me your dull entreaties i cannot be moved figuratively speaking i really think you should come with me no abba you don't learn much here in the hold wrong the hold is a treasure trove of information the nature of the cargo the state of the hull the battle ready chickens and slow witted zombies hey i've got a lot of important spying to do down here leave me to it i really think you should come with me no and the hutt i can get you close to lechuk hmm hmm i would very much like to be able to spy on lechuk himself mwah very well you may transport me jetzt muss ich ihn nur platt machen ähm how's it going in there murray i didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket good thing i have excellent hearing that's that's well kacke i can get you with me guano oh echt der ist unwichtig ob das am ende so dauerhaft so ist weiß ich noch nicht so die frage ist jetzt können wir mary hier unten platt machen nope dann weiß ich noch nicht wofür es gut ist diese rudergröße bestimmen zu können aber das finden wir noch noch nicht i have a skull for the potion is it a flat one not exactly i said a flattened skull you useless bilge rat aber wie flattere ich den pardon me fearsome leader i told you to find a flattened skull do it before i decide to use yours instead hätte man den nicht mitnehmen können also ich hätte ja wahrscheinlich einfach gesagt there's nothing you need up there on okay ich hätte einfach versucht einen mitzunehmen direkt apropos flatt 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 geht nicht so wirklich Wenn ich falsch bin, nehmen würde es ein großer Fehler sein. Wenn ich richtig bin, wäre es ein größeres. Da muss man doch wissen, ob er den auf einer anderen Planeten schießen kann. Es zerfiel einfach. Ich war gar nicht hier. Ich glaube nicht, dass er eine verletzte Maschine sehen will. Können wir die Flamme hier zeigen? Ich habe einen Schädel für die Potion. Ich bin glücklich für dich. Kann mir Bob helfen? Ich habe einen Schädel für die Potion. Great! Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Das ist nicht geladen. Das wäre besser das Geräusch, wenn du arbeitest, Swabby. Das ist natürlich das Geräusch, wenn wir arbeiten. Alle Gliedmaßen von den Gitterstäben fern. Ehe, Devil Crabs like limbs, apparently. Äh, okay. Ehe, Devil Crabs like limbs, apparently. Weird. Hmm, ich wundere, was für Essen ist. Der Schiff kommt, wie sie trotzen. Es ist meine sehr eigene, sehr scharpe, non-magicale Zeremonie. Aha, du bist raus und raus. Hmm, zu schrauben kann ich es auch nicht. Kann ich das wegwoppen? Können die Schrauben nicht für die Wäschepresse sein? Oh, das kann sein, ja. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Nicht schlecht, die Karros. Viele Stunden später. Wie viel Zeit haben wir denn bitte? Ja, und da ist die Wäschepresse. Überlebt er das überhaupt? Überlebt er das überhaupt? Es wird auch noch ein Klank geworfen. Ich habe eine Skull. Should I put it in the pot? Ist es flat? Unkomfortably so. Dann, ja. Hey, what are you... Flunder, Mary. Flunder, Mary. Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. First, your mop. And also... Uh-oh. Uh-oh. You're... Missed. Uh-oh. Missed. Uh-oh. Ich glaube nicht, dass das der Chuck gut findet. Komm mal, Murray. Ich glaube, wir kriegen jetzt gerade ein Upgrade. Uh-oh. I-I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now, it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, writting me collection of other people's teeth. Uh-oh. Uh-oh. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChup like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients, and it works anyway? No. They were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Yes, my name is Miriamit. I'm on Murray. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. I'm on Murray. I'm on Murray. I'm on Murray. That looks like a permanent stain. Yeah, smells worse than it looks. It's empty now. Iron Rose. What's that? Lendering Prospects. Ah, you won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Hmm, hmm. What a twist. Is the Night Shyamalan? Shia Malan Stimme. Ach so. Ja, die Frau. Hallo, Bob. Hey, Bob. Have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a Voodoo Potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. You hangst doch den ganzen Tag nur rum, also ist das verständlich. Kann ich's jetzt gleich gläuten? Ups. Was war das jetzt? Also ich hab ja jetzt das Steuer gedreht. Schauen wir mal. Das heißt jetzt Esther. Well, it's actually first swab now. What is it? Me. But Chuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm going to give you your pancreas tomorrow. Ich will, das ist ein Kerl. Ah. Ah, du warst nicht da, als wir, warst du da, als wir den Assassin's Creed Trailer geguckt haben? Hat die Frau nicht auch so ganz komisch einen Namen? Das ist der Kerl, der Sine und andere Filme gemacht hat. Gott. Der, keine Ahnung. Sine, wann hab ich den, wann hab ich den das letzte Mal geguckt? Vor 20 Jahren? Keine Ahnung. Mindestens vor 15. Äh, du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschauen. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Can't see me. I can't hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all. But it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it. But it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Hmm. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Well, I guess you've got me there. Ha! If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the end with it if you don't get me out of here right now. Uh. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. Well, I got my hands on you. I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. That would be smart of me not to give you the opportunity then. Find a bit so nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait. No, no, get me out of here for a penny's sake. You baboon. I'll get you for this. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel, they'll knock it off. I can lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Ähm, ich glaub, ich geh mal nach oben. Ich möchte, dass es Steuer hat. Ja, das war, sorry. Genau, das war sie. Jetzt bekam wir seine Plot-Twist. Das kann durchaus sein. Bei Sign verstehe ich das. Sign hatte schon einen sehr komischen Plot-Twist. Die, die. So, wir drehen mal die Steuer. Wir gehen kurz hier unten rein. Wir können ja jetzt auch in die Kompüse gehen. Da war gerade irgendein Geistervieh an der Decke. Flare Gauri von meinen Fortschritten. Ich arbeite an einem Weg, um uns zu Monke Island zu kommen, ohne eine Voodoo-Potion zu nutzen. Glücklich, zu hören. Ich arbeite an etwas anderes. Great meeting. See you later. Can I give you a handwashing these plates? Nah, ich habe es bereits gemacht. Ich habe es bereits gemacht. Oh, wenn du das meinst. Du denkst, dass es auf einem Schiff gibt, dass es die Möglichkeit gibt, das Wasser einmal in einem Moment zu verändern. Das ist Salzwasser. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Mmm. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper. Made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. But, do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Remind me what you told me about the pepper. It's very, very, very hot. Hot and very empty. Why do you have no lips? Just a question. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. You wouldn't happen to have a magic voodoo concoction in here that will get us to Monkey Island. Would you? No. And like Rose said, we used up most of the supplies. So there's no way we're brewing another one. Okay. Just checking. I'll find a different way. It sounds like screaming, but really quiet. I'll leave my work down here. Okay, den kann man nicht mitnehmen. You! Swabby! Come over here! Yes! Give me new to my ship. I'd like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Blutschwert der Gefürchtete. Wahnsinns Bart, der Bartlose. Augenfresser der Rücksichtlose. Schrubby ist in Ordnung. Blutschwert der Gefürchtete. Bloodsword, the feared. Look, I'm just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good, I like an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keelhauling tomorrow at four. I like to think of it as a team building exercise. I won't. Das, das muss schon geil gewesen sein. Home of Grand Mist. Hey, Flambe, ship ahoy. It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint. Squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Hmm? They undercut my, I mean, Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Das fehlt der Schädel. Der Schädel fehlt. Aha! They're missing a skull. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make what you say. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is going to be great. If you say so. Swabby. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. A well- So you said. Ah, you should tell Iron Rose about it. Or someone who cares if you can find such a person. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. So, wir gehen nochmal ans Router. Gucken, ob der jetzt weg ist. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Schädel von ihm auch genutzt werden könnte. Hey, Gullet. Ne. Das heißt, wir müssen jetzt mit Iron, der also der Quartiermeister entsprechen. I have an amazing idea. Does it involve mopping? No. It involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So? So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Gullet gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. What do you mean, you don't want to go to Monkey Island? It's not a cryptic metaphor, Swabby. We mean, we don't want to go. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split six ways. Seven. Lechak only wants it because of his obsession with that stale glass of milk guybrushed three board. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at one bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Das klingt an einem ganz langen Kapitel. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. It's pretty big so I can find. I could do you a favor in return. Win-win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. What? I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. As Quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Through a reddish haze of constant anger. I don't know. That's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Uh, okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Hmm. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's Ney. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery tonight? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. We'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Is that a lamp or what should that be? I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. Or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Okay, Unterhaltung. Was würde die denn unterhalten? Hier, Murray. Would you like to read this pamphlet? No thanks. I've already read that lots of times. Bob, I confess, I'm a little confused about what you're saying. Your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. As yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though, admittedly, not an exciting one. Yeah. Okay. That time again already? Well, let's get to it. All right, you bucket of worthless maggots. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Fly you or a life. In conclusion, shape up or the eels will be falling on your carcass. Yes, all right. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Also, ich glaube, dass ich das Buch dann klauen kann. Die Feder. Die Feder. Welche Feder? Welche Feder? Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Play you or a life. Blah, blah. Hat er das Buch mitgenommen? Diese Dinge werden jedes Jahr mehr sophistikiert. In Conclusion, schau auf, oder die Älter werden auf deiner Karkasse knallt. Okay, dann gleiche Zeit morgen. Dismissiert. Dann lassen wir ihn jetzt noch mal schreien und gehen nach unten. Top-deck-Schedule. One bell, crew voted. Two bells, the chuck. Das ist schon wieder? Well, let's get to it. Komm to order, you murdering traitorous dogs. It has come to my attention, that someone has spilled grease onto the starboard side of my beautiful ship. If a ship is going to function properly, bla 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 bla. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Es ist nicht so viel von einem Karten. Es ist nur ein Buch, aber es ist wichtig. Blah, 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 blah. Es ist Chef Putri... Es ist leer. Ich muss nicht auf die Inventor mit einem anderen. Was? Nimm es mit. Du denkst, auf einem Schiff, es wäre eine Möglichkeit, das Wasser in einem Moment zu verändern. Olde Boots und Deodorant. Es ist ein bisschen sooßig, in einem wunderschönen Weg. Von der Conclusion... sein dorthin das misst den typen kitzeln Mal gucken, was wir dem geben können. Wie kann ein Buch im Jenseits geschrieben werden, hier sein? Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Oh, what? About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me and maybe I help you. Monkey Island goes deep. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty, like widow's tears. Sweet, like revenge. And fiery, like a hot poker to the tongue. Poker to the tongue. Except for Pyotra makes it unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Good. Er kann wahrscheinlich diesen Pfeffer essen. Der brennt ja eh. Underworld jokes, you say. Any good? Hilarious. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but... Yes. It's hard when your head is flat. It's hard to have your head on fire. I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns on the water, so no. Okay. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while. I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Eh, nein, danke. Think you'll be done reading soon? No. I don't really have anything else to do. Tell me again about scorched Alaska. Prepare correctly. It should be like a hot poker to the tongue. Keep up the bad work. Always. Uh, Flair? What? What? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay. Fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. Hahaha. And I guess not me too. Now beat it. I'm busy. So, Putra? Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No. Never. But they should. I'd like to try to sway you on the Monkey Island boat. Save your breath. I'm unswayable. There's only one opinion I value. And that's Iron Roses. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it. I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose vote, that's how I vote. Thanks for reminding me. Oh. Ist aber für uns einfach. How come people don't call you Chef? Because there are a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit him in the mouth. Which by the way it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. That's super right. Chefkoch is also better than a cook. Is range higher than a cook. Yep. So a chef outranks a cook? Yeah. Of course on a ship this size I'd still be the only one making food. So that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy. Complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. I don't suppose you know how to make Scorched Alaska? Of course I can make Scorched Alaska. But I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently I'm still only a cook. I see. I'll let you get back to cooking. Yeah. Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Haha. Sure. Knock yourself out. If nothing else, we'll get some entertainment out of it. That is one. Hey Gullet. That's Flair Gory's grandmother's Whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. It's the ship's hole. Home sweet home. Fuck. Gut. Dann gucken wir mal. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks Swabby. What do you know? My idea how you pull that off. But I guess the deal is a deal. Ich wähle für deinen schlussenden Plan. Putra macht einen beeindruckenden Fall für die Prüfung. Putra macht einen beeindruckenden Fall für die Prüfung. Ich glaube nicht, dass ich seine Signature mitteilen könnte. Es ist ziemlich distinktiv. Ich glaube, damit kriegen wir jetzt die Frage, was brauchen wir oder wieso müssen wir den aus deinem Büro kriegen. Das wieder einmal? Na gut, wir kommen zu dem. Kommt zu dem, ihr mördernde, traurige Pferde. Ich habe Grund, um zu glauben, dass jemand das Schiff verwendet hat. Wenn ein Schiff richtig funktioniert, blablabla. Das stimmt. Diese Open Plan offices are all the rage now. Es ist nicht so viel wie ein Map. Es ist nur ein Schiff, aber es ist klar, dass es wichtig ist. Das ist nicht remotely wie ein Map. Er wird es direkt sehen. Wie ein Map? Ein Map ist ein Map. Ich denke, ich denke, dass er die Unterschiede ist. Jetzt muss ich ein Unanimous-Vote von der Crew. No Problem. Ich denke nicht, dass ich seine Signature schaffte. Es ist ziemlich distinktiv. Ich denke nicht, dass ich seine Signature schaffte. Es ist ziemlich distinktiv. Es ist nicht so gut, dass ich die Schiff auszunehmen. Aber ich kann es nicht so gut machen. Aber ich kann es nicht so gut machen. Karte zum Geheimnis. Beginne deine Suche am roten Bärenstrauch. Folge der steinenden Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holz. Schleich dich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. Das ist ich nicht mag hier die Stelle. Wow. Was ne Karte. Okay, wir müssen... Wir müssen seine Unterschrift fälschen. So, auf jeden Fall dazu. In Conclusion, schaue auf or the eels will be gnawing on your carcass. Alright, same time tomorrow then. Dismissed. Merci. So, ihr braucht immer noch Unterhaltung. That looks like a permanent stain. Ech, smells worse than it looks. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Äh, was ist denn eigentlich wenn wir... Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust. Commit fraud. Threaten bodily harm. So I'm swerving. So unapologetically ruthless. This really takes me back. I think this costs why and fuck me too. Uh, back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. Nah, thanks. I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere. Even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear. That means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. Reicht aus. Ähm. Okay. Hmm. Ich hab alles geswappt. Ist das eine Promotion für Putra wieder? Ich habe ihr hundert Mal gesagt, ich werde das niemals aufsignen. Eine weitere Sache, Swabby. Jetzt, dass ihr die erste Swabby seid, müsst ihr das Swabby-Report ausfüllen. Geh das Report, füllen es aus und sie zu Iron Rose für ihre Initialen geben. Einige sagen, es ist Grog, der ein Pirateschiff läuft. Es ist nicht. Es ist Paperwork. Das scheint gefährlich. Ich hätte es nur zu Iron Rose zeigen, wie ich es sein soll. Gericht des ersten Schrubbers. Missstände auf dem Schiff protokollieren. Muss ich das jetzt kurz einmal These Open-Plan-Offices are all the Rage now. Ghostrats. Irgendwas mit den Lebensmitteln. Es dauert immer, zu itemisieren in hier. Ich nehme nur eine Blanketentrie für die ganze Galle. Gut. Ähm, hier unten. Es ist revolting. Man, es ist ein Slipping-Hazard. Ja, ist eklig. Nicht nur, dass wir das selber waren, aber egal. Ähm. Seht ihr auch als Missstand? Hey, Galle. Ich glaube, niemand wird das eigentlich und hier unten kommen, um ihn zu finden. Okay. Ist der kleine Anker auch ein Missstand? Ne, der kleine Anker ist kein Missstand. Also, ein kleiner Anker ist in Ordnung. Es ist, dass niemand auf diesem Schiff gehört hat, was Recycling zu haben. Das ist es. Ich habe mein Report completed. Ich sollte es zu Iron Rose zeigen. Geisterhafter, ungeziefer Befall unter den Decks. Die gesamte Kombüse ist eine unhygienische Katastrophe. Schmieriges Bullauge, unansehnliches Durcheinander, behinderter Schiffsruder, ungesicherte Abfälle, leere Kisten auf dem Oberdeck. So. Der gute alte Trick. Der gute alte Trick. Es ist eine Strecke Papier, including Putra's Promotion Paperwork. Ready to be signed by the... Wer kennt es nicht? Einfach alles in den Haufen legen. Shouldn't you be swamming? Was denn? Ich muss Papierkram machen. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please, give me some peace and quiet. So einfach geht das. So, meine liebe Chefküche. Zack. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef. Chef Putra. Thanks, Swabi. You're amazing. I owe you one. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Whatever this is. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska. Extra mild. Thanks. Remind me what you told me about the pepper. It's very, very, very hot. Hot and very empty. Ready for cannon firing. Ready for cannon firing. Looks like it's empty. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Looks like it's empty. Wo könnte hier der Pfeffer sein? Hmm. I don't think so. Erinnerst mich, was du mir gesagt hast, über das Pfeffer. Es ist sehr, sehr, sehr heiß und sehr leer. Ja, das kann, das kann nicht richtig sein. Hm. Wo kriegen wir denn... Hier gehen wir mal der Quartiermeisterin zurück. Ich habe nicht Zeit für das jetzt. Es ist alles, was LeChuck muss, um zu erzielen. Es ist ein Stadter Papier, die von LeChuck stampiert. Die sind bereits verabschiedet. Okay. Wie geht es um ein bisschen lichtes Lied? Sind Sie schuldig? Liedes Lied klingt wie reale Arbeit. Nein, danke. Okay. Was möchtest du für Spaß machen? Oh, ziemlich alles. Ich bin einfach. Nee, offensichtlich ja nicht. Holzschuh-Tanz? Nicht wirklich. Holzschuh-Tanz? Hm. Nicht so viel. Biografien? Wir wissen ja, was wir machen müssen. Aha! Biografien? Wir wissen ja, was wir machen müssen. Das sieht aus wie permanenter Stain aus. Es riecht besser als es sieht. Hm. Es ist jetzt abends. Offensichtlich. Das sind ein paar empty Container von Preservativen und Coloring. Kann ich mir das ja gerne mal geben, aber es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Favors, aber ich habe das geschafft. Ach, geh die Monstrosität weg. Es blöde offensiert mich, sogar an der Distanz. Scots-Alaska muss sein wie ein heißer Poker. zu der Tauung. Das scheint präsentierend, aber es ist nicht einfach, wenn es umgebracht wird. Was? Ernsthaft? Das sollte es gut und schwarzen. Ernsthaft? Der ist jetzt einfach eine Spitze vom Schuhaken mit. Bitteschön. Heißer geht nicht. Ich hatte ein paar Favors, aber ich habe dir das geschafft. Scots-Alaska. Schöne, schade, 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 schade. Ich bin in deiner Tatsache. Ich liebe dich, in deiner Tatsache. Ich liebe dich, in deiner Tatsache. Also, ich würde sagen, ich werde dich wegwerfen. Die nächste Zeit, wenn wir über diesen Plan von deinem. Der mit den Monkern. Witzigerweise, denk der jetzt, wir haben das gegessen. Würde ihr das Buch als interessante? Ich würde eine schlose Worte benutzen, aber ja. Würde ihr das Buch als interessante? Ich würde eine schlose Worte benutzen, aber ja. you're not reading this can i borrow it sure i'll let you have it for the rest of the day thanks moment das witze darüber fliegen its flambe's underworld joke book all jokes about demons and otherworldly stuff it's flambe's underworld joke book hey bob hey this looks promising thanks i owe you one can i count on your vote to go to monkey island sure no problem i think i've got everyone's sagt now time to call for another vote as quartermaster can't you just decide that we're going to monkey island and tell the others what to do that just isn't how it works i respect the will the can we vote on going to monkey island again you want another vote go ring the bell yourself i'm a one bell voting hour the meeting is called to order are there any matters to be voted on following medicine shipped to monkey island on which i vote aye 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 six in favor none opposed i hope you're happy grandma everybody get ready we'll follow the other ship as soon as she gets on the way yes so then you want to monkey island almost it was time to send murray back to madison somehow okay murray i hope you're not allergic to gunpowder of course i'm not hey what are you doing these things are dangerous you uh okay in there murray when i get out of here i'm going to juke both your legs off and use your traitorous fingers to pick my teeth okay just checking aww kaboom she's saying they are Schnell schlägt er her. Tage vergehen. Wir sind nahe da, mein Harties. Die fabelten Shores der fabelten Monke-Island. Kapitän Madison und ihre Assocaten müssen wir damit, natürlich. Aber unsere top-priorität ist das Geheimnis. Ich wusste, ich wusste es. Ich wusste es. Er ist so ein Idiot. Du bist so rostig wie das Butter-Messer, das du das Schwert nennst. Du bist so rostig wie das Butter-Messer, das du ein Schwert nennst. Wir sind beide sehr scharfer als du. Okay, Deacin, komm zurück. Warum nicht du wieder versuchen? Du bist wieder Fabel, noch Säbel, du hast wieder Klasse, noch Asse, noch Ehre, was? Du hast wieder Ehre, noch Sperre. Du hast wieder Strolch, noch Dolch. Na, Klasse, noch Asse. Du bist alle Flavor und kein Säbel. Also, dein Flavor ist, ähm, Flavorless. Blast! Hey, schade! Ich gewonnen! Also, ich bin ziemlich sicher, dass wir die Schwert nutzen müssen, wenn wir das machen. Du wirst nicht wissen, wie man eine Schwert nutzen kann. Ich kann nicht entscheiden, ob du das Ding wie ein Featherduster wachst, oder eher wie ein Mop. Hey, ich weiß das! Oh, ich habe es praktisch gemacht, hm? Welches Comeback würdest du für das, wachst du es wie ein Featherduster oder wie ein Mop? So oder so werde ich mir den Boden wischen. Das ist es. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a Featherduster or more like a Mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Hey, Threepwood! Waaah! hoffentlich sind wir schon nahe genug